und es kamen die letzten tage kein video weil ich krank war aber das macht ja nichts ich nehme natürlich gerne ich nehme euch kein video auf obwohl ich noch leicht krank bin ja hier war war es lange nicht mehr gebracht und es gab ein update ich will sagen ich glaube ich fache nicht ganz lange ich glaube nicht lange ich zeige jetzt nicht ich gehe einfach in den Kampf ja weil ich bin so ein bisschen kränklich und dann muss ich nicht so viel schneiden könnt ihr wirklich so verstehen ich werde nur einen Kampf machen ungefähr hier nehme ich den mit der Tempest ich glaube ich habe ich weiß nicht ob ich schon gesagt habe aber ich glaube ich habe schon gesagt ich wollte schon mal ohne facecam komme ich dachte ich liege ein bisschen gucken wir Messias sind war ich Diese Schweife vom Hydra sind jetzt grau geworden. Die schwarzen Schweife. Hihi. Oh, da ist ein Butch. Ich und der, ich bin der Zeugsfury, wir machen alle Platten. Junge, der macht ja alle Platten. Oh, ich bin auch ein Zeugsfury, ich will auch einen. Hm. Leute, wenn ihr wollt, äh, ja, wenn ihr in meinen, äh, Clan kommen wollt, äh, oder, ich, ich glaub, ja, der Clan ist schon voll, das geht leider nicht, Leute, auf jeden Fall, wenn ihr mit mir mal zusammen spielen wollt, könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, ja oder nein, äh, wenn ihr schreibt, ja, dann, äh, schreibt dahinter euer Ingame-Namen und wenn nein, dann halt nein, also, wenn ihr ja, wenn ihr mit mir mal spielen wollt, dann schreibt ihr dahinter euer Ingame-Name und vielleicht euer Clan, wenn ihr da drin seid, und dann adde ich dich vielleicht, wenn du gerade das Video schaust und vielleicht unten in die Kommentare, äh, vielleicht das mal machen könntest, ja oder nein, ob du mit mir mal Ingame spielen möchtest und mich mal so, ja, gegen mich mal so kämpfen möchtest, als gegen eins oder so, oder mit mir zusammen, ja, dann schreibt es, wie gesagt, unten in die Kommentare und an dieser Stelle grüße ich dich auch, ja, und nicht vergessen, wenn ihr grüßt, gegrüßt werden wollt, äh, schreibt unten einen netten, netten Kommentar, in die Kommentare und abonniert meinen Kanal und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, aktivieren, zu aktivieren, ja, und dann wird ihr schon gegrüßt. Das war eigentlich schon alles und jetzt weiter zum Kampf hier. So, rubrubrubrubrub. Autsch. Alter, der zieht richtig viel, obwohl ich einen Dio habe. Da ist mir jetzt eine Langsolo. Und Leute, wenn ihr wollt, ich mal ein Video auf Ostfriesisch machen soll, dann schreibt mal Ja, Ostfriesisch, wenn nein, dann Nein, Ostfriesisch, ja? Warte, da brich ich jetzt auch gleich weg. Ja, ich zieh nur ganz viel, oh, jetzt bin ich auch weg. Und wir haben gewonnen. Das war das kurze War Robots Video und ein Mini-Informationsvideo von mir, ich hoffe, euch hat es gefallen und dann würde ich sagen, Ciao! 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 Ciao!